Hallo, ich bin Sophia von Smith Toys. Heute lasse ich meiner Kreativität freien Lauf mit der Instant-Kamera von Photo Creator. Wow, die sieht super cool aus. Und wie der Name schon sagt, kann die Kamera die Fotos direkt ausdrucken. Aber lass uns doch erst mal schauen, was alles mit dabei ist. In dem Set sind Stifte und Zicker mit dabei. Damit kannst du Fotos und die Kamera verziehen. Dann sind noch ein paar Rollen Fotofapier mit dabei, so dass du gleich loslegen kannst. Eine Speicherkarte gibt es auch noch dazu und ein Bändchen für die Kamera. Und damit ihr die Bilder auch auf dem Computer kriegt und die Kamera aufladen könnt, gibt es auch noch ein Ladekabel. Aber jetzt schauen wir uns mal die Kamera genauer an. Das Menü ist ganz einfach gestaltet. Da findet ihr euch sofort zurecht. Man kann mit der Kamera auch Videos machen. Die könnt ihr dann ganz einfach mit dem Kabel auf den Computer ziehen. Aber jetzt schauen wir uns erst mal die Fotos an. Es gibt eine Selfie-Kamera und eine normale Kamera. Ihr könnt auch mit Selbstauslöser Gruppenbilder machen. Aber jetzt mache ich erst mal ein Foto von mir. So und schon kommt das Foto raus. Guck mal, wie schnell das geht. Jetzt noch abreißen. Und mit den Stiften und Stickern könnt ihr jetzt noch das Foto verzieren. Und schon ist das Foto fertig verziert. Ob für dein Scrapbook, Freundebuch oder für deine Zimmerwand. Die Bilder sehen überall richtig gut aus. Und jetzt zeige ich euch noch was ganz Besonderes. Die Kamera hat über 20 Filter und Effekte. Schaut euch die mal an. Davon drücke ich mir gleich auch noch ein paar aus. Na, habt ihr auch Lust bekommen? Dann ist die Instant-Kamera von Fotocreator genau das Richtige für euch. Und wenn ihr noch mehr spannende Sachen sehen wollt, gebt uns ein Like und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schmiss, neus, supers, los.